Nicht direkt nachgeben, wie ich schon sagte, auch mal aushalten können, wenn geschwiegen wird. Wie viel kommen Sie mir entgegen? Ich kann Ihnen nicht weiter entgegenkommen. Das auch mal sagen zu können, ausformulieren zu können, dem anderen dabei in die Augen zu schauen und nicht Schweißperlen auf der Stirn zu produzieren. Alexander, wenn ich sage 10, dann sagst du 8 und dann treffen wir uns bei 9. Das wäre, wenn man jetzt das unter Verhandlungsgesichtspunkt sieht, ein Ergebnis. Aber ob es ein gutes Ergebnis ist, warum bleiben wir nicht bei dem Ursprungswert? Verhandeln heißt ja nicht Kompromisse per se erzielen und immer direkt einem entgegenkommen, sondern seine Position mal durchzusetzen. Mal auch dazu zu stehen, was ich dem Kunden da angeboten habe. Und das stelle ich übrigens fest, dass viel zu viele Verkäufer oder Verhandler sofort mal bereit sind, sich auf einen Kompromiss zu einigen. Da ist ein kleines Missverständnis. Und zwar gibt es das Harvard-Verhandlungskonzept. Win-win. Jeder muss gewinnen. Also mache ich dem anderen doch jetzt mal direkt einen kleinen Kompromissvorschlag. Dann gewinnt er was. Ich gewinne was. Ich gebe nicht die ganze Marge her. Nur so ein bisschen. Das ist gar nicht Harvard-Verhandlungskonzept. Harvard-Verhandlungskonzept steht für, der andere muss ein gutes Gefühl für dich entwickeln im Verkaufsgespräch oder in der Verhandlung. Der andere muss nicht sofort den Preisnachlass kriegen. Finde erstmal heraus, was überhaupt wichtig für ihn ist. Und vielleicht macht er ja schon einen Riesengewinn mit deinem Ursprungsangebot. Unverhandelt. Wie werde ich denn generell zum Verhandlungsführer, wenn ich es noch nicht bin? Funktioniert das überhaupt, dass zwei Leute die Verhandlung führen? Wahrscheinlich nicht. Ja, also man sagt ja, der Verhandlungsführer von unserer Seite ist Herr so oder Frau so und so. Und von der Gegenseite gibt es dann auch Verhandlungsführer, gerade bei großen Verhandlungen, wo viele Leute auch mit am Tisch sitzen. Also sind Repräsentanten dann eher so. Ja, die auch das Ganze orchestriert haben, die die Strategie festlegen. Wenn wir zum Beispiel nicht in einer 1 zu 1 Verhandlung sind, eben halt viele Leute mit in die Verhandlung hineinkommen, das ist ein sehr komplexes Thema. Also da haben wir auch schon Situationen gehabt, wo wir ganze Verhandlungsteams gecoacht haben, vorbereitet haben auf eine ganz konkrete Verhandlung. Die Anstand, wo es um wirklich viel ging, Unternehmenskauf oder Unternehmensverkauf oder eine komplette Neuorganisation. Also wo es wirklich um alles ging. Ja, von Kundengruppen, wie auch immer. So, und da ging es dann wirklich um viel und da gibt es dann auch so Tendenzen, bestimmten Personen bestimmte Funktionen zu geben. Ja, Stichwort Bad Guy, Good Guy. Ja, Stichwort Detail und grobe Linie. Ja, wer ist für die Strategie hier zuständig auf Ihrer Seite, ja, in der Verhandlung? Ja, welche Tonalitäten schlagen wir mal von Haus aus an? Ja, was geben wir grundsätzlich vor, ist unverhandelbar? Rote Linien und so weiter. Das lernst du alles im Verhandlungstraining. Wenn es gut ist. In dem Verhandlungstraining, was sind denn so die größten Herausforderungen, die die Teilnehmer mitbringen? Sich mit ihrer Position so stark zu identifizieren, dass sie wirklich jetzt zunächst mal verhandlungsstabil sind. Also nicht direkt nachgeben. Wie ich schon sagte, auch mal aushalten können, wenn geschwiegen wird. Wie viel kommen sie mir entgegen? Ja. Ich kann ihnen nicht weiter entgegenkommen. Das auch mal sagen zu können, ausformulieren zu können. Dem anderen dabei in die Augen zu schauen und nicht Schweißperlen auf der Stirn zu produzieren. Also Druck auszuhalten. Mal Nein sagen können. Ja, auch ein Gegengewicht bringen können. Wenn du mit einem Einkäufer verhandelst, dann kannst du davon ausgehen, dass der das Verhandeln gelernt hat. Wenn der in einer großen Firma arbeitet, dann hat der x Verhandlungstrainings hinter sich. Wird bezahlt, dafür günstiger einzukaufen, als der Wettbewerb. Ja. Er hat sämtliche Methoden an Bord, dich unter Druck zu setzen. Kann dir wirklich Druck im Gespräch erzeugen. Dir das Gefühl geben, wenn ich jetzt nicht nachgebe, verliere ich das Ding. Was passiert jetzt in deinem Kopf als Anbieter? Was passiert jetzt in deinem Kopf? Wie viel Stress hast du jetzt? Wie gehst du mit dem Stress um? Wie drückst du den Stress weg? Was machst du, damit dieser Stress dich jetzt noch weiter denken lässt? Und in der Situation dann stabil bleiben. In der Situation dann wieder einen Punkt machen können bei deinem Gegenüber. Das ist das alles Entscheidende. Und nicht selbst sofort in den Glauben verfallen. Wenn ich jetzt nicht nachgebe, ist das Ding verloren. Nein. Du sitzt hier, du hast alle Chancen. Verhandeln heißt ja nicht, in einem Punkt müssen wir uns einig werden. Sondern verhandeln heißt, die Karten liegen auf dem Tisch und jetzt müssen wir mal sehen, wie die Mischung ist. Bei so einem Verhandlungstraining, hier fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie kann ich das messen? Wie kann ich so einen Erfolg messen, indem ich fünf Minuten länger aushalte, Nein zu sagen? Wäre eine Möglichkeit, ja. Also ich glaube, du schaffst es in deinem Verhandlungstraining schwer, nur theoretisch darüber zu sprechen. Du brauchst auch die Übung, du brauchst die Simulation, du brauchst den konkreten Case, um den es geht. Früher in den Trainings hat man sich gegenseitig Büroklammern verkauft. Das Verhandeln um eine Büroklammer ist langweilig. Es beleidigt vielleicht auch den einen oder anderen Teilnehmer. Die wollen an ihren ganz konkreten Dingen arbeiten. Die wollen an ihren ganz konkreten Beispielen in einer ganz konkreten Verhandlungssituation vorbereitet werden. So kann es heißen, lieber Trainer, wenn ich auf das und das Thema angesprochen werde, weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe da schlechte Karten. Ich kann da nichts gegenhalten. Der Mann hat recht. Ich kann von einer Situation mal berichten. Ich hatte die Freude mit einem Mitarbeiter, mit einem Vertriebler, mit einem Außendienster im Maschinenbau unterwegs zu sein. Und ich war mit ihm unterwegs in seinem Auto zum Kunden. Und er hat mir die ganze Zeit während der Autofahrt gesagt, Mann, wir haben ein riesen Problem, wir haben ein riesen Problem. Wir haben bei unserer neuen Maschine keine Kalibriereinrichtung. Kalibriereinrichtung ist irgendwie besser, weil dann geht das schneller am Anfang und so weiter. Und der Wettbewerber hat diese Kalibriereinrichtung. Mann, was mache ich, wenn ich auf diese Kalibriereinrichtung angesprochen werde? Er hat gesagt, ja, das weiß ich jetzt. Ich sage auch noch nicht genau, hinterfragen Sie ein bisschen oder was auch immer. Keine Ahnung. Also, das müssen wir ganz schnell wegkriegen vom Tisch, weil da habe ich ganz schlechte Karten, da haben wir verloren. Wenn es zu dem Thema kommt, Kalibriereinrichtung, habe ich das Ding verloren. So, wir kommen zum Kunden rein, der Kunde begrüßt, wir setzen uns hin, wir fangen an zu reden. Und der Kunde schaut sich die Unterlagen an. Ich ahne Böses. Ja, genau. Es kam, wie es kommen musste. Sagen Sie, und eine Kalibriereinrichtung hat Ihr Gerät jetzt nicht? Und da fing jemand an, auf der anderen Seite des Tisches, zu argumentieren, zu erklären, warum Kalibriereinrichtung keinen Sinn macht, warum der Wettbewerber das jetzt reingenommen hat. Er zieht sich eigentlich nur seinen eigenen Strick enger dazu. Und ich saß als junger Trainer, Coach daneben und mir schoss eine Frage durch den Kopf. Und die kam dann sofort raus, weil sie gar nicht mehr haltbar war für mich. Ich habe dann gefragt, sagen Sie, kurze Frage, wozu brauchen Sie eine Kalibriereinrichtung? Ich dachte, keine Ahnung, ich halte hier auch für unnötig, aber ich wollte mal nur fragen. Verstehst du, das ist so, mache ich mir selber meine Probleme im Kopf? Habe ich die selber, meine Probleme? Oder kann ich dafür mal klären, ist das eigentlich gar kein Problem? Sehe ich ein Problem, wo es eigentlich gar keins gibt? Häufig erlebt. Wie relevant ist eine, also ich kann mir die Frage eigentlich selber beantworten, aber die richtige Vorbereitung, wie sieht die aus, wenn ich in so eine, nehmen wir doch mal so Firmenanteile verhandeln. Also schon was, wo wirklich Power dahinter ist. Was muss ich da können, was muss ich da tun im Vorhinein? Szenarien, das große Stichwort. Denk in Szenarien. Geh die Szenarien durch. Spiel sie durch. Wie könnten Einwände lauten? Wie könnten alternative Vorschläge der Gegenseite lauten? Wie gehe ich damit entsprechend um? Das schreibe ich mir auf, da mache ich mir meinen Kopf, das führe ich zu einem Fortsatz. Ich könnte mir da Folgendes vorstellen. Ich denke immer sehr gerne in Szenarien. Wenn wir Leute auf Verhandlungen vorbereiten, dann sagen wir, was ist jetzt das schlimmste Szenario in dieser Verhandlung? Stellen Sie es uns vor. Was ist das zweitschlimmste? Was wäre das ideale Szenario? Und so weiter. Wir gehen alle Szenarien durch. Wir bereiten uns perfekt vor. Und diese Szenarien sind dann auch abrufbar im Kopf. Also die Herangehensweise, die Lösung für dieses einzelne Szenario. Das ist dann auch wirklich abrufbar. Und das muss dann auch entsprechend simuliert werden, durchgespielt werden. Viele Verhandlungstrainings finden statt, ohne dass überhaupt simuliert wird. Da frage ich mich, was ist denn das? Das ist intellektuell interessant und intellektuell bereichernd. Aber ich muss doch in der Verhandlung alles abrufbar haben. Ich muss mich doch selber mal erlebt haben in einer Verhandlung. Wie wirke ich? Wie komme ich an? Wie stabil sind meine Aussagen? Wie glaubwürdig ist meine gesamte Erscheinen in einer Verhandlung? Das muss besprochen werden. Gibt es irgendwas, was du zum Thema Verhandlungskompetenz gerne schon eher gewusst hättest? Was dir einen Haufen Arbeit oder Ärger erspart hätte? Ja, ich glaube, die Erkenntnis, dass der Gesprächspartner selber auch an einem Verhandlungsergebnis interessiert ist. Ich hätte mich gefreut, wenn ich diese Information früher gehabt hätte. Der will auch ein Verhandlungsergebnis. Und der verhandelt ja jetzt nicht mit einem anderen, sondern mit mir. Der will ein Verhandlungsergebnis. Nicht friss oder stirb. Das ist vorbei. Das ist wenig in den Verhandlungen der eigentliche Gegenstand. Ich verhandle jetzt eigentlich nur noch, um dem zu sagen, wenn er es so macht, dann ist er drin. Und wenn er es nicht so macht, dann ist er raus. Das ist eine ganz wichtige Information. Die habe ich gerne mal schon früher gehabt. Da entsteht weniger Stress, wenn du diese Information hast. Kann eine Verhandlung auch erfolgreich sein, wenn sich keiner einigen kann? Also wenn sich die zwei Parteien nicht einigen können? Ja, das kommt ja vor in der Praxis. Wir können es nicht einigen. Also Tarifparteien können sich zum Beispiel nicht einigen. Nach der ersten, zweiten Sitzung. Und alles steht wieder still. Und der Druck wird größer und so weiter. Das ist dann unter Umständen für eine Seite auch ein Vorteil. Wenn mal keine Einigung zustande kommt, dann hat sie nämlich dann mal auch was bewiesen. Sie hat bewiesen, das ist nicht unser Weg. Darauf können wir uns nicht einlassen. Wir lassen die Verhandlung scheitern. Wird zum späteren Zeitpunkt noch mal verhandelt. Hoffentlich, ja. Wir können eine Verhandlung auch jetzt mal übertragen im Vertrieb zum Beispiel. Wir können eine Verhandlung vertagen und sagen, lieber Einkäufer, wir kommen heute nicht zum Ergebnis. Ich brauche noch ein paar weitere Informationen, die muss ich mir besorgen. Mal interessant, wie ein Einkäufer darauf reagiert. Welche Informationen fehlen Ihnen denn? Was wissen Sie denn später mehr? Also ich dachte, wir können uns heute einigen. Und dann ist sonst schon da irgendwie so ein Interesse. Doch noch irgendwie. Dann kitzelt man ein bisschen. Was mich bei dir ganz besonders interessieren würde, die härteste Verhandlung, die du jemals führen musstest. Ich lasse jetzt mal dein Privatleben weg. Da vielleicht ohne irgendwas zu wissen. Da wären es die Kinder. Die Kinder, genau. Das wollte ich ausklammern. Auch die Frau oder so. Das möchte ich auch ausklammern. Im beruflichen Kontext. In der Tat. Als junger Selbstständiger hatte ich die Freude, einen Kunden aus der Automobilbranche zu akquirieren. War auch kein deutscher Automobiler. War ein asiatischer. Und das war auch noch eine Verhandlung in Englisch. Das ist also nicht meine Muttersprache. Also insofern nochmal etwas schwierig. Und mit jemandem, der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Der dann sich im Rahmen einer Ausführung seinerseits so aufgeregt hat über meinen Vertragsentwurf, dass er aufgestanden ist, einen Stuhl umgeworfen hat, rausgegangen ist, die Tür hinter sich zugeknallt hat. Und ich da saß mit einem anderen aus diesem Kundenunternehmen und ich wirklich nicht mehr wusste, was ich jetzt falsch gemacht habe. Also da war ich dann wirklich völlig entsetzt über dieses Verhalten. Ja, was ist da passiert? Bis dann der andere sagte so nach einer Minute, der dann draußen war, jetzt regen Sie sich mal nicht auf, das macht er öfters. Ja, das war für mich erhellend. Das gibt es in unserem Kulturkreis nicht. War das eine Taktik, eine Verhandlungstaktik? Ich gehe davon aus, das war eine Taktik. Der kam dann später wieder entsprechend ruhiger rein, saß dann am Tisch und ist dann mit mir sachlich die Dinge durchgegangen. Okay, anziehen, loslassen, anziehen, loslassen. Ja genau, aber damit war ich erstmal so ein bisschen auf 180, vielleicht war das gewünscht. Und ja, dann hat er nochmal so alle Register gezogen. Also selbst mit so einer Situation kannst du fertig werden, kannst du klarkommen. Du musst eben halt immer wieder dir die Frage stellen in so einer Verhandlung, was will ich hier erreichen? Ja, und wie bleibe ich dran? Wie sauber ist meine Argumentation? Wie ist das Szenario, was ich jetzt gerade hier erlebe und wie ist meine Antwort darauf? Du hast immer so ein gewisses Parallelprogramm in einer Verhandlung. Und wenn das abhanden kommt, dann reagierst du nur noch emotional. Und das ist nie gut für eine Verhandlung. Emotionale Reaktionen in einer Verhandlung, sei denn positiv, wir freuen uns. Aber negativ-emotionale Reaktionen in einer Verhandlung bereiten immer nur Nachteile. Ich wäre durch. Schön, dann wissen wir jetzt, wie Verhandeln funktioniert. Jetzt gehen wir Mittagessen und Verhandeln drüber bezahlen. Vielen Dank, Alexander. Gerne, danke, alles Gute.